Wer sind die Glückskinder im neuen Jahr? Der Jahreswechsel bringt es mit sich, dass wir der Zukunft voller Hoffnung und natürlich auch mit der einen oder anderen Erwartung entgegenfiebern. Seit jeher gelten Silvester und Neujahr als idealer Zeitpunkt, um Pläne zu schmieden, vielversprechende Vorsätze zu fassen und sich für das neue Jahr ganz viel an schönen Dingen vorzunehmen. Ein wichtiger Faktor ist bei all dem natürlich das Glück. Es lauert leider nicht an jeder Straßenecke und es will auch nicht so leicht gefunden werden. Wenn die Sterne günstig stehen, dann findet das Glück jedoch uns. Welche Sternzeichen nächstes Jahr die Auserwählten sein werden und das Glück in ihrem Leben ausgiebig willkommen heißen dürfen, das verraten wir Dir in unserem heutigen Podcast. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1 Widder Begeisterung und Entschlossenheit pushen Dich Ein Paradebeispiel dafür, wie man dem eigenen Glück sprichwörtlich auf die Sprünge helfen kann, ist der Widder. Er überlässt nichts dem Zufall und bringt seine Agenda durch, notfalls gegen alle Widerstände. Und wenn es sein muss, mit dem Kopf durch die Wand. Doch der Widder wird auch angetrieben von einer inneren Kraft, die nicht nur seiner Willenstärke und seinem Durchsetzungsvermögen entspringt. Der Widder ist ein Macher, wie er im Buche steht. Er möchte seinen Beitrag leisten, die Welt mitgestalten und seine Spuren in ihr hinterlassen. Wer mit so viel Mut und einem derart hohen Maß an Eigenmotivation an den Start geht, kann nur gewinnen. Die Sterne sehen das ganz ähnlich und begleiten den Widder daher im nächsten Jahr auf seinem Erfolgskurs. Was dieses Tierkreiszeichen sich für 2024 vornimmt, wird ihm gelingen. Keine Tür bleibt versperrt, kein Abenteuer wird scheitern. Nummer 2 Stier Gelassenheit und Zuversicht regieren in allen Lebenslagen. Der Stier ist, was sein Bestreben nach Mitgestaltung und Produktivität betrifft, dem Widder nicht ganz unähnlich. Allerdings ist seine Beharrlichkeit von vergleichsweise zurückhaltender Art. Natürlich wird man auch einen Stiergeborenen nicht von einem Beschluss abbringen können. Aber die Mittel und Wege, die er wählt, um ans Ziel zu gelangen, sind subtiler. Nächstes Jahr darf der Stier darf sich über ein berufliches Upgrade freuen. Er arbeitet darauf schon lange hin, auch wenn dieser Quantensprung für Außenstehende wie ein Glückstreffer aussehen wird. Glück hat der Stier genug, denn er verlässt sich niemals darauf und er behandelt es vor allem mit dem nötigen Respekt. 2024 darf er sich deshalb auf eine ziemliche Glücksträhne freuen. Sein wichtigster Verbündeter auf dem Weg zu den Sternen, seine unerschütterliche Gelassenheit. Er überstürzt nichts, sondern geht eher einen Schritt zurück und lässt die Zeit für sich arbeiten. Nummer 3. Krebs Deine Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit wird endlich erfüllt. Zu den ultimativen Siegern des neuen Jahres zählen die Krebse. Sie sehnen sich schon so lange nach der großen Liebe, aber es sollte bislang einfach nicht sein. 2024 scheint sich dieses Blatt zu wenden. So mancher Krebs steuert endlich den sicheren Hafen in Sachen Partnerschaft an. Seine Ansprüche sind dabei gar nicht astronomisch hoch, aber seine Gefühle können mit ihrer Intensität durchaus für Verunsicherung sorgen, wenn man ihn noch nicht so gut kennt. Der Krebs ist ein Familienmensch. Er braucht Traditionen, Rituale und jede Menge Gemeinschaftserlebnisse, um sich rundherum glücklich und wohlzufühlen. Er liebt es, für seine Partner und Familie zu sorgen und kann dabei gar nicht genug Eifer in den Tag legen. Leider gerät er aus genau diesem Grund häufig an die falschen Menschen. Der Krebs braucht Bestätigung, geregen Austausch und ein Gefühlsleben, das intensiv und kraftvoll ist. Nummer 4. Waage. Alle Zeichen stehen auf Erfolg im Beruf und in der Liebe. Wenn ein Sternzeichen nächstes Jahr den ultimativen Jackpot knackt, dann ist es die Waage. Schon eine ganze Weile hat sie ein konkretes Ziel vor Augen. Und die große Liebe, die dürfte sich auch gerne langsam mal blicken lassen. Das neue Jahr wird sie diesbezüglich nicht enttäuschen. Beruflich kann sich die Waage selbst verwirklichen. Menschlich und persönlich wird sie sich finden. Das sind die idealen Voraussetzungen dafür, um das Feld der Träume für ihren Lebensmenschen zu bestellen. Der Waage gehen meistens viele Dinge zeitgleich im Kopf herum. Sie kann und will vieles. Aber auch ihre Tage haben nur 24 Stunden. Das neue Jahr punktet mit Erfolgserlebnissen und schönen Momenten der Freude und der Erfüllung. Allerdings wird die Waage deshalb nicht aufhören, an sich zu arbeiten. Work und Life müssen schließlich in Balance bleiben. Nummer 5. Fische. Dein persönliches Wachstum erreicht seinen vorübergehenden Höhepunkt. Die tiefgründigen und sensiblen Fische lieben es, ihre Welt zu betrachten und ihre Erkenntnisse darüber mit niemandem zu teilen. Das hat ihnen irgendwann einmal den Ruf eingebracht, in sich gekehrt und undurchdringbar zu sein. Das stimmt so aber nicht. Besonders das neue Kalenderjahr lässt die Fische aus ihren Untiefen emporsteigen und zeigen, was sie können. Menschlich, persönlich, intellektuell und spirituell werden sie 2024 tatsächlich ihren vorübergehenden Höhepunkt erreichen können. Sie sind erstmals seit langem zufrieden mit sich und mit ihrer Welt im Reinen. Alte Konflikte können erfolgreich beigelegt werden. Und neue Bindungen dürfen gerne vertieft werden. Die Fische werden im nächsten Jahr vielleicht keine atemberaubenden Höhenflüge erleben. Aber sie entdecken dafür ein anderes, seltenes Gut. Inneren Frieden. Diese Harmonie und dieses Einverständnis tragen sie auch nach außen. Das macht sie interessant und lockt exakt die richtigen Menschen an. Unser heutiges Fazit. Glück ist machbar. Auch das steht in den Sternen. Sei nicht enttäuscht oder traurig, wenn du bei diesen fünf Glückskindern nicht dabei bist. Die gute Nachricht lautet, Glück wohnt in jeder und jedem von uns. Wir müssen es nur herauslocken. Das gelingt dir am besten, indem du dich jeden Tag fragst, welchen Menschen du heute am liebsten begegnen würdest. Und exakt zu einer dieser wundervollen Personen wirst du dann. Wir können das Glück nicht zwingen oder ihm hinterherjagen. Aber wir können uns ganz bewusst dafür entscheiden. Mit jedem Gedanken, jedem Gefühl, jedem Wort und jeder Handlung treffen wir diese Wahl aufs Neue. Das macht pro Tag eine stattliche Summe an Gelegenheiten aus, an denen du entweder Ja oder Nein zum Glück sagen kannst. Und wer das Glück wählt, dem liegt die ganze Welt zu Füßen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören.